Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen! Hallo! Salut, ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va bien? Wir machen jetzt einen kleinen Rhythmus mit unseren Fingern. Ich gebe euch ein Zeichen und dann schnipsen wir. Und... Klingt ganz cool, oder? Ja. Und darauf können wir jetzt was singen. Jetzt geht das mich wieder zum... Ohhhh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020